Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eggless. Wir machen den Erfolg Wiesellager. Ich sollte schreiben lernen. Wiesellager. Ich habe ihn sogar markiert. Genau. Davon müssen wir in den verborgenen Garten. In den verborgenen Garten kommen wir nur, wenn wir gewisse Hüter besiegen. Eine davon sind diese beiden Herrschaften, nämlich die Hüter der Herde. Der ist nämlich an der Wegmarke Richtwert. Es gibt vier Hüter. Ich verlinke euch den englischen Wiki-Eintrag mit den Bildern, also die Einträge. Wenn ihr den kaputt macht, kommt ein Portal. Durch dieses Portal können wir in das Jumping-Puzzle rein. So. Portal ist offen. Portal betreten. Ja, ist das gefährlich? Ich weiß. So. Gang mal rein. Da unten, wo der grüne Kommi ist. Da wollen wir hin. Und wie kommen wir da hin? Indem wir springen. Wahrscheinlich müssen wir nicht mehr springen. Ähm, wahrscheinlich ist das nämlich ganz einfach unten. Ja, es ist nicht mehr ganz einfach unten. So. Dann laufen wir hier runter, 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 runter. Äther klingen, äther klingen, äther klingen. Die wollen wir wegmachen. Und öffnen. Und weitere fünf Erfolgspunkte auf eurem Konto. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.